Schönen guten Abend nochmal. Mein Name ist Roland Jahn. Ich möchte Sie herzlich hier begrüßen zu dieser Podiumsdiskussion. Heute und auch morgen trifft sich das Netzwerk der osteuropäischen Archive der Geheimpolizeien. Und dieses Treffen ist uns Anlass, heute eine Diskussion zu führen über die Frage Transparenz des Geheimen. Welche Rolle spielt die Nutzung der Archive der Geheimpolizeien auch für einen demokratischen Wandel? Und viele waren ja vorhin bei der Ausstellungsöffnung dabei, deswegen will ich da nichts wiederholen, sondern will ganz bewusst nochmal deutlich machen, dass wir heute auch einen Vertreter aus Russland eingeladen haben. Nikita Petrov von der Organisation Memorial, das ist auch für mich ein Symbol, dass er heute hier ist, weil gerade in Russland die Verhältnisse ja nicht unbedingt demokratisch sind. Und deswegen ist das heute eine besondere Einladung an Nikita Petrov. Und ich bitte Sie, das verdient einen Applaus. Denn es ist auch ein Signal Richtung Russland. Auch wir geben nicht die Hoffnung auf, dass dort die Verhältnisse sich ändern. Und auch das Archiv des KGB irgendwann mal zugänglich wird. Das ist sozusagen eine Forderung, die ich jedenfalls nach meinem Besuch in Moskau ganz deutlich zum Ausdruck gebracht habe. Ich übergebe jetzt an unsere Moderatorin Dagmar Hofestädt, die Pressesprecherin des BSTU. Sie wird die Diskussion jetzt leiten. Vielen Dank. Willkommen auch von meiner Seite. Ich werde Ihnen das Podium kurz vorstellen. Noch ein bisschen mehr Erklärung, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Aber das ist ein bisschen wichtig, auch um zu erklären, warum wir diese illustre Runde hier zusammengesetzt haben. Doch recht international besetzt. Zur Geschäftsordnung nur. Wir haben zwei englisch sprechende Podiumsteilnehmer und zwei deutsch sprechende. Und ich werde mit den deutsch sprechenden auf deutsch sprechen und mit den englischsprachigen auf englisch. Das heißt, wenn das Englische für Sie ein bisschen zu anstrengend ist, hieß es dann immer den Kopfhörer aufsetzen oder reinhören in die Übersetzung. Wir treffen uns einmal im Jahr zu diesem Treffen des Europäischen Netzwerks der für Geheimpolizeiarchive zuständigen Institutionen. Sehr aufwendig. Unsere sieben Mitglieder sind alle hier. Darüber freuen wir uns besonders und verständigen uns über die verschiedensten auch nationalen Eigenheiten hinweg darüber, dass der Zugang zu diesen Geheimpolizeiarchiven etwas Wichtiges und Besonderes und für unsere jeweiligen Gesellschaften Unverzichtbares ist. Wir dachten aber, dass wir diesen Abend zum Anlass nehmen können, nachdem wir das in Deutschland bereits seit 25 Jahren betreiben, die Polen das seit 15 Jahren betreiben und die Kollegen in den anderen Ländern in den letzten 5 bis 10 Jahren begonnen haben, ihre Geheimpolizeiarchive zu öffnen, diese grundsätzlichen Mechanismen einmal zu untersuchen und zu bewerten. Um das Ganze aber auch eben sozusagen ein bisschen aus einer Vogelperspektive von oben uns anzuschauen. Unsere vier hier sitzenden Podiumsteilnehmer stelle ich Ihnen in einer Reihenfolge vor, die sozusagen ein bisschen auch den Gesprächsverlauf nahelegen sollen und deswegen, ich hoffe, Frau Baumgartner sieht mir das nach, Ladies Last in diesem Falle. Ich beginne mit Herrn Prof. Dr. Horst Möller, zu meiner Linken Ihrer Rechten. Prof. Emeritus der Ludwig-Maximilian-Universität München. Dort war er zuletzt Direktor des Instituts für Zeitgeschichte von 1992 bis 2011, hat in eine fast unüberschaubare Menge an Publikationen sich mit der neueren und neuesten deutschen Geschichte auseinandergesetzt. Archive, sage ich mal, als Gedächtnisse der Nationen sind ihm ein Anliegen und dem BSTU, also dem Deutschen Stasi-Unterlagenarchiv, ist er als Mitglied des Beirats und des Wissenschaftlichen Beratungsgremiums verbunden und er ist nun auch Mitglied der Expertenkommission des Deutschen Bundestags zur Zukunft der Stasi-Unterlagen. Sie sind sozusagen als Experte, der ein Stück weit vielleicht auch so gut es geht von außen die deutsche Situation mal beleuchten soll. Auf meiner Rechten sitzt Lukas Kaminski, er ist der Direktor, he's been the director of our Polish Partner Institution, the IPN, the Institute of National Memory, since 2009. You are the director there. Before you were the deputy director and joined the institute in 2000. You are also a historian by trade and you have published in great numbers on the history of opposition and resistance to the communist rule from 1944 to 1989 in Poland. We hope that we can share and compare some of the experiences of our neighbors in Poland with their access to the records to the Polish secret police and what the Polish experience was there. Zu meiner linken, to my very left, to your very right. There is Nikita Petrov, Mr. Jan already introduced him. He came here today from Moscow. He is by trade a historian specializing in the history of the Russian secret police and as a subject on which he was very resourceful in research. Even in those days where that wasn't so easy till today, that continues that tradition. But he's also here today because you work with Memorial in Moscow. You head the research department there. And Memorial, for those of you who don't know, is a human rights organization that was formed as a civil initiative in the beginning of 1988 under Gorbachev times still. Your focus or Memorial's focus was and is still, among other things, the research of and the public discourse over the crimes of Soviet communism. That is what Memorial wanted to do, an endeavor that has brought the organization time and again in conflict with the political rulers and under the threat of existence. Nikita Petrov is here to share insights from a country, we hope, where access to the archives of the secret police is very limited. Und nun zu Elisabeth Baumgartner, ganz zu meiner Rechten, Ihrer Linken, ist von Haus aus eigentlich Anwältin in der Schweiz mit einer Spezialisierung auf internationalem Recht. Sie hat für das internationale Rote Kreuz in Kolumbien gearbeitet und in Äthiopien und war auch in Sierra Leone beim Sonderermittler im Einsatz. Sie ist für die Schweizer Friedensstiftung unterwegs, die sich kurz Swiss Peace nennt und ist dort seit 2009 im Einsatz. Seit vier Jahren leitet sie das Programm zur Vergangenheitsbewältigung, das heißt the Dealing with the Past Program, das ist ein bisschen einfacher auf Englisch, und koordiniert dort auch das spezifische Projekt Archives and Dealing with the Past. Wir freuen uns also in dem Kontext nochmal auf einer ganz internationalen Ebene, die Idee des Zugangs zu Archiven in Übergangsgesellschaften auch außerhalb des mittelosteuropäischen Raums zu erfahren. Auch da wird es sicherlich nicht nur um Geheimpolizeiarchive gehen, aber einfach auch um den Mechanismus, Archive zu nutzen, um Konflikte der Vergangenheit, Unrecht der Vergangenheit aufzuarbeiten und zu befrieden. Ich hatte mir gedacht, dass wir das vielleicht in so drei Runden versuchen. In der ersten Runde erstmal allen Podiumsteilnehmern auch Gelegenheit geben, aus ihren eigenen Erfahrungsbereichen so ein bisschen zu erzählen und damit quasi von dem nationalen Blick auf die internationale Bühne zu treten. Und deswegen würde ich gerne mit Ihnen, Herr Professor Möller, anfangen. Wenn wir an 25 Jahre Stasi-Unterlagenarchiv, BSTU, denken, wie würden Sie das sozusagen aus Ihrer Perspektive als Historiker, der auch die Wichtigkeit von Archiven einschätzt, wie würden Sie sagen, wird BSTU in Deutschland wahrgenommen, in der Archivlandschaft, aber sicherlich auch in dem ganzen Bemühen darum, eine Aufarbeitung zu leisten der kommunistischen Diktaturen in der DDR. Ja, man muss zunächst einmal... Es ist an, es dauert immer einen kleinen Moment, bis der Regler hochfährt. Achso, gut, jetzt geht's. Man muss zunächst mal an die Entstehung denken. Das Stasi-Unterlagenarchiv ist ja durch einen Akt der Bürgerrechtsbewegung überhaupt erst für die Öffentlichkeit dann sichtbar geworden, auch für die Westdeutschen. Man muss immer von einem gesamtdeutschen Problem sprechen. Und durch die Stürmung des Gebäudes am 15. Januar 1990 ist ein großer symbolischer Akt gesetzt worden. Also man muss nicht immer sehr hochgreifen, aber für eine friedliche Revolution wie in der DDR spielte es natürlich eine große Rolle, dass ausgerechnet das Repressionsinstrument der DDR-Diktatur, der SED-Diktatur, als es noch existierte, gestürmt werden konnte, besetzt werden konnte und damit die Öffnung der Akten gefordert werden konnte. Der zweite Akt war dann, dass die, Herr Jan hat es bei der Ausstellungseröffnung erwähnt, dass die erste und einzig demokratisch gewählte Volkskammer der DDR und die DDR-Regierung, die darauf beruhte, dann durchgesetzt haben, dass es ein spezielles Stasi-Unterlagengesetz gibt. Die Ausgangsbasis ist also nicht von der friedlichen Revolution in der DDR zu trennen. Und ich meine auch, dass der Symbolwert dieses Aktes außerordentlich hoch ist. Nicht, weil die SED-Diktatur identisch gewesen wäre mit dem Staatssicherheitsdienst, sondern weil der Staatssicherheitsdienst ein entscheidendes Instrument der Unterdrückung, der Kontrolle, der Gängelung, der Verletzung von Menschenrechten in der DDR gewesen ist. Die Ausgangslage war insofern schwierig, als es in Westdeutschland durchaus auch führende Politiker gab, die meinten, man brauche dieses Archiv gar nicht zu öffnen oder man solle es 30 Jahre unter Verschluss halten, wie andere Archive auch. Dahinter stand jetzt nicht etwa ein Verdrängungsmechanismus, sondern eine Überlegung, wir tragen in das wiedervereinigte Deutschland die Konflikte der Opfer und der Täter hinein und wem nützt das? Dann würden wir als Historiker immer von der Doppelfrage ausgehen, wenn man mit Nietzsche sagen würde, gesund ist, wer vergisst. Und mit Sigmund Freud könnte man sagen, krank wird, wer verdrängt. Und wir Historiker sind natürlich generell dafür, nicht zu verdrängen, zu öffnen. Und insofern würde ich zunächst einmal sagen, es war ein großes Verdienst der Bürgerrechtsbewegung, hier die Öffnung zu erzwingen und der demokratisch gewählten Volkskammer auch dem westdeutschen Teil, der natürlich unterschiedlich reagiert hat, aber dem westdeutschen Teil klarzumachen, wir brauchen das. Jetzt sind wir bei dem Archiv selber. Es ist ein Spezialarchiv, natürlich eines ganz spezifischen Bestandes und ordnet sich insofern in der Bundesrepublik Deutschland in ein sehr differenziertes, gegliedertes Archivwesen ein. Also es gibt nicht, was viele vielleicht auch gerne hätten und was etwa die Größe und Bedeutung des Bundesarchivs suggeriert, mit sehr vielen Standorten, es gibt keine zentrale oder zentralistisch dirigierte Archivlandschaft in der Bundesrepublik. Es gibt das zunächst einmal aufgrund des föderativen Systems, die der Länder, aber es gibt die sehr wichtigen Archive der parteinahen Stiftungen, auch mein eigenes Institut, mein früheres, das Institut für Zeitgeschichte, hat ein großes Archiv, nicht vergleichbar mit der Größe dieses, aber immerhin auch ein wissenschaftlich bedeutsames. Das heißt also, die Frage stellt sich zuerst, ist es berechtigt, ein solches Spezialarchiv zu gründen? Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das hat in unserem Fall damit zu tun, dass etwa andere Akten der DDR, beispielsweise Politbüro-Parteiakten, im Bundesarchiv sind. Und da gibt es natürlich die Frage, ja, soll man das zusammenführen administrativ? Wenn ich jetzt mal als Historiker argumentieren würde, dann muss ich sagen, die bisherige Arbeit der gesamten Behörde, Stadionterlagenbehörde, des Bundesbeauftragten und der eigentlich einzelnen Abteilungen, hat zunächst einmal ein ungeheures Verdienst, dass mehr als über 110 Kilometer Regalmeter Akten in ihrem Erschließungsgrad für den Personalbereich, also was die Personalakten angeht, also nicht unbedingt die Sachakten, ja, etwa zu 90 Prozent erschlossen sind. Es hat zweitens eine spezifische Forschungsrichtung geschaffen, die keins der anderen Institute bisher, der zeitgeschichtlichen Forschungsinstitute hat. Und es hat drittens, und das führt, auch das hat Herr Jahn angedeutet, von der Vergangenheit in die Gegenwart, es hat eine wesentliche Aufgabe, aufgrund dieses Bestandes der Forschungen für die politische Bildung in der Gegenwart wahrgenommen. Also insofern würde ich sagen, zunächst einmal wird man immer sagen müssen, in diesen 25 Jahren ist insgesamt, im Einzelnen kann man immer etwas kritisieren oder sagen, kann man das noch besser machen, aber insgesamt eine sehr große Leistung für die Sichtbarkeit, den Symbolgehalt und die Zugänglichkeitsmachung dieses Archivbestands geleistet, mit einer Spezifik, die betrifft die Opfer. Weil das Stasi-Unterlagengesetz, was Herr Jahn vorhin erwähnt hat, natürlich auch ein, wenn Sie so wollen, Opferschutzgesetz ist. Das heißt, was die eigenen Akten angeht. Und insofern gibt es für manche Wissenschaftler von außen, wenn das sehr persönliche Akten sind, Namensschwärzungen und so weiter, das gibt es, muss man eigentlich sagen, auch in anderen Beständen, gerade wenn sie vorzeitig freigemacht werden. Und an sich gilt ja bei Archiven, öffentlichen Archiven, die 30-Jahres-Frist. Wir haben aber jetzt in 25 Jahren schon sehr viel zugänglich gemacht. Und es bleibt natürlich ein Archiv, davon gibt es nicht so viele in Deutschland und auf der Welt, das ein Resultat der Friedlichen Revolution ist. Das hat kein anderes Archiv, auch in Deutschland, in, sag ich mal, zu bieten, im Sinne einer Entstehungsgeschichte und der Einmaligkeit, dass Bürger sich den Zugang zu diesen Akten spezifisch erkämpft haben und es aus der Normalität herausfällt. Mr. Kaminski, the Polish example, the IPN, it was not, in that sense, a direct result of the end of the communist rule in Poland that the IPN, it's called the Institute of National Memory, it is not a federal commissioner, it's not an Archive, it's called the Institute of National Memory, that signifies already also a little different approach, but it wasn't a direct result. It took about 10 years, roundabout, before in Poland the decision was made to approach the records, make them accessible. How would you describe the process in Poland and what has happened ever since in the 15 years? I think there are a few reasons of this difference in Polish and German situation. the first and most important was that we didn't have in 1989 any kind of revolution. We had our revolution in 1981 and in 1989 we had negotiations around table talks, creating of new government, etc., but without all these revolutionary movements on the streets of Warsaw and other cities of Poland. But in January 1990, a group of young activists in a few places under influence of German example tried to occupy not the secret service buildings but the Communist Party buildings to protect files of the Communist Party. But they didn't get any kind of support from the society and what is probably most important from the allies of opposition movement. Valenza and other leaders were against them. by, for example, the government, non-communist governments and police forces against these young people who were trying to catch archives and to protect them. And there were two results of this situation. The first one that our institution was created 10 years later and the second one that the majority or big part of archives especially from the 1970s and 1980s was destroyed not in 1989 but also in 1990 and probably 1991 and 1992. So, this attempt to protect the files failed because of the lack of interest but mainly the lack of interest of solidarity elites. Of course, they've thought that there are more important problems than dealing with the past like economical reforms, political reforms, social problems of transformation etc. and of course there was limited access to the files in the 1990s. I remember as a young historian I had some access to the communist party files and even to the former secret service files but the access to the communist party files depended on the director of archives and many former communists who were directors of archives kept them closed and access to the secret service files was very, very limited. It was access even not to the documents but only to the parts of selected documents. So, I was interested in some social problems in the beginning of the communist era in Poland so I've got some parts of documents. Now I know that we have a lot of them in our archive from this period and this situation of course connected also with the problems with punishing the perpetrators of the crimes with granting some kind of recompensation for the victims etc. Raised some growing dissatisfaction of the victims of former opposition etc. so after 1997 victory of the post-solidarity parties in the next elections they decided to create a new institution which could be responsible for holding all of these archives of former secret police and of course the German example was used by all of them who demanded this kind of institution this new coalition that there were two post-solidarity parties in government tried to adopt a few acts connected with the problem of dealing with the past but only one succeeded because of vetos of post-communist president Alexander Kwaśniewski and it was an act of establishment of institute of national remembrance which was finally voted in 1999 but the first year was year of searching of the new president of our institution because everyone knew that it is very sensitive problem sensitive institution so they tried to find the right person for the first president and institute of national remembrance is quite different from many other institutions not only in East Central Europe but around the world we are of course the huge archive so we collected all archives from the former secret services civil and military one but we collect also files of all repressive organs like cards public prosecutor's offices etc and the main difference for example of our German partners is that we collect also documents in the period of Soviet and German occupation of Poland during the Second World War but we have also prosecutor's office in our institute we are responsible for investigations in war crimes communist crimes genocides etc public education office which is responsible for education itself but also scientific research and publications so we in our institute we employ about more than 300 historians so we are huge scientific institute in fact and starting from 2007 we are responsible also for illustration or vetting because earlier there was a separate institution responsible for these procedures and of course we are looking for many other forms of our activities just one example from the last years we started a huge program of search for unknown barrier places of victims of communists we find these places exhumated the victims and because of our cooperation with one of the medical universities we are able to also to identify the bodies using the DNA analysis genetics so this is the short description of our institution but that makes a very distinct difference because the symbolic value of accessing records and then having society discuss is sort of added onto by prosecutorial powers you know you can actually go after perpetrators and start trying them and you are deciding on who receives an order for bravery under communist rule and the lustration process is something that many of the other eastern european countries decided for germany never really looked at we did vetting of people in public position but we never did the formal illustration of denying somebody access to a public office if in poland you do not get your illustration certificate or you get a positive or negative outcome I forgot what the right version is you are banned from public office for five years right yes if you are lying about your past so there there is a difference in many other countries that the fact that someone was a secret collaborator or officer of the secret service is not enough to forbid to take official position only if anyone is hiding his past and he declares that he was not as you collaborated and we are able to prove that he lied the card can decide about this forbidding to take official positions up to 10 years so this illustration of Polish model probably is not the best one but I think this unique combination of various forms of activities of our institute is really fruitful but every kind of our activities is based on archives our prosecutors use archives our researchers our educators all of us are using archives so without archive is impossible to punish perpetrators for example because majority of proofs you have in archives because there are not so many witnesses and it's hard to find any other kind of proofs and the polish people have found acceptance with the IPN is it an institution that is well regarded or is it an institution that is disturbing consensus on not looking too much into the past there 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 many emotions after creating our institute and the first let's say public case of our institute was not connected with the files of the secret service it was connected with the war crimes in Jedwabne but then were also many discussions about using the files about cases of secret collaborators etc especially after publishing by our institute in 2008 the book about connections of Lech Wałęsa with secret service in the early 1970s there was a huge political debate but now we have a level of trust in society more than 50% and distrust is like 12% so we are depends on period but third or fourth institution in our country with such high level of the first is army the second police the third is IPN and you can compare it with the level of trust to parliament is about 20% so that is that is unusual so you do actually surveys on the likability and trust made by some special institutions so we don't do that in Germany so then we'll move over to Russia Nikita Petrov where we go to a country that is certainly to all of the secret police archives of Eastern Europe very important because I might say the KGB is the mother of all the secret police archives and the secret police is in Middle Eastern Europe and yet access to those files in Russia is maybe say limited or how would you describe access to the records of the KGB I can describe as limited completely limited but we have a special law and I want to tell from the beginning first of all before the August of 1991 the archives of state security was completely closed it's obvious because it exists Soviet regime and also exists all these tough rules about the state security information and state security archive but before 1991 after beginning of Gorbachev Perestroika and new discussions about past about victims of the communist regime it was obvious that it's necessary to relatives to look through the files of the executed parents or other relatives and KGB that period they give very limited permission only for somebody to look through these files it was not under the law it was some kind of private decision or private conversation of some people who have contacts with archivists from KGB and so on after August 1991 after military coup and new Russian governments and also finished of the Soviet Union it was created a special law about rehabilitation August 1991 by this law everybody who lose somebody or whose relatives was under repression in the concentration camp in labor camps and so on they have permission to look through these files of their parents or relatives but it necessary to prove that you are in relative connection with these people and this rule exists right now only one thing I can add to the situation we have now law about archives and we have 75 year period to protect their privacy that means after death no no relatives have permission to look through all investigational files it's not operative files I mean especially if somebody was under repression imprisoned or shot but after these 75 periods everybody can take these files it's not actual for the Eastern Europe because you know that the Soviet dictatorship and communist dictatorship in every country appears after the Second World War but for us it's now very actual because now every historian in Russia can look through the files that was finished for instance in 1940 right now in October 1940 if somebody was imprisoned or shot before this it's possible but what in reality in reality picture is not so good sometimes people from archive from state security archive they are not agree with this and it depends upon also relationship of investigator or historian who want to see with archives and about his reputation also if somebody writing nasty things about the regime it was forbidden but anyway it connect with the files of people who was rehabilitated who was not rehabilitated but it's most interesting files you can imagine it's about some people from NKVD system they was punished during the Stalin period without rehabilitation now these files are not available but it is not big deal the big deal it was some kind of let me say archive revolution that happened also in 1991 1992 it was opening many high level communist papers in Russia because of constitutional court against the communist party of the Soviet Union I was member of this team that collected these documents and in that period declassifying happened very fast but after 1994 politics of the Russian state changed it became more and more conservative more and more nationalistic more and more pro let me say totalitarian and after this we can see that as a result of all this politic the results of this politics now invisible and dissolve in the modern Russian politic and now the history became again an instrument to prove aggressive political politic of the Russian state and accessible of archive now became worse and the main point that we discuss now it's assessed to the operative files secret agents hiding activity of the KGB we can imagine that this is the main instrument of influence in society we have a lot of books about the top and the high politics of the Soviet state also books with documents about repressions but no this part of state security activity no names of agents no any operative files and operative documents and this situation cannot permit us to describe the Soviet history and to study the Soviet history in let me say whole version with all things that we must to know and this some kind of dualistic politic that connect with archive now it's we can describe like very interesting situation from one hand we have knowledge about the crimes of communism from other hand we have modern Russian politics that try to prove these crimes and in society we have a split society in Russia and very small part maybe not majority support the idea that it's necessary to organize the court against communism and to maybe create some kind of sentence that the communist rules that the communist leaders they are guilty and other part of society the majority don't want hear about this so access to archives or to secret police files is a tool of politics it's a control of how you look at politics and how you describe Russia today there's no plurality of writing the history and connecting to the actual mechanisms of your history yes first of all I think it's some kind of practice and let me say practical idea the state give example and give a sign for everybody who now serve to the state especially on a secret surface that we always can protect you we protect Soviet agents you can be sure we can protect you you are making some crimes now don't think about this seriously we protect you it's necessary for the state everything okay and that is why this is also some kind of practical idea not opened all these secrets all these crimes especially for individual terroristic acts for instance during the Soviet period as you know that such names like Sudoplatov it's a special service inside the Soviet state security a special department that provide these crimes and now he rehabilitated and he is a little bit not national hero but state security hero among the officers of state security he is very popular what about the memory of the victims of those people that have suffered injustices the many families that were affected by Stalinist politics but by many things happening later throughout the 50s 60s and 70s what about their memory about the state or the society respecting the sacrifices they might have made the many people that disappeared in gulags what about a discussion in civic society about how to deal with crime and injustice I can answer that cognitive dissonance exists not only in society but also on the government level because from one hand Russian government signed a special program to memorize the victims of Soviet regime to support the monuments to the victims of mass repressions this memory is the wall of memory will be in Moscow on a very famous place on the prospect that's from one hand from other hands the glorious past the TV the propaganda of the Kremlin and all this I think memories both living now and exist on rider levels this is very strange situation and you know it's also one interesting thing that who is the keeper of the national memory about the victims this memorial society non-government organizations but there are many official historical institutions exist in Russia but they do nothing in this field the Russian historians not pay much attention and not choose the subject for instance for defend dissertation about sometimes from time to time it's happened but it's having support from the official historical science not state but society keep memory and this the whole idea of opening secret police archives as has happened in Germany for the East German case and in all the other Eastern European countries does Russia know about it does anybody discuss this do they say the Europeans the Bulgarians the Polish the Germans they're crazy why would they open these archives look at what this brings to them or is it some isn't there not even people say about it you know I don't know if they even know about the fact that all these police archives are open look that period when Germans archived opened it was other situation in Russia and we haven't tough discussion against this we only maybe supporting the soul society historians but states maybe a little bit indifferent it's own deal of Germans what to with the Stasi archive but in the Russian press in newspapers that period maybe some critics present because of Germans destroy the instrument of influence to the society it's some kind of conservative view on this project that was not so popular but now it's the mainstream of the critics of Poland for instance for the politics of the national memory Germany may be a little bit now not in the center of the attention but anyway now other kind of politics and other kind of reaction from the Russian officials So limited access for historians only not on a broad scope and a society that doesn't feel it misses out on understanding history and just trusts the government to tell them the version that they need to know in Russia I can explain that in the early 19th it was a very difficult economical situation and that is why the population pay attention to their own destiny how to survive how to find money how to find food and not on the focus the problem of how to repair all things that happened during the communist period how to create the new as I like this word in German and so on it is not what's on the focus on the focus is how to survive and some people from government and some people from conservative level of society they use this situation they use and say okay it's not necessary to destroy our state and rules and so on and Yeltsin also when he make this turn to the conservative politics he have a great fighting against the pro-communist supreme soviet and you remember the 1993 and October of 1993 it was horrible in Moscow also it was few steps to the civil war and something like that and in that period Yeltsin make a choice he say okay state security I need it and after this all politics start to change this is some kind of point of turning and is it too late now to do anything it's never late to open archives it's necessary to do if we want not only I talk about this like a historian I want to know that is why open archives immediately but as for citizen we pay for this state we pay taxes we pay taxes all time for state security development and activity that is why we need to have answers what are you doing is it effective what is the name of victims what is the name of people who connect with you on the secret basic and so on and so on it's necessary to open all the things because of we pay for all this music all right Frau Baumgartner jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter aus dem deutschen Zusammenhang zu Swiss Peace eine Organisation die im Grunde genommen die Idee des Zugangs zu Archiven wirklich nutzt auch als ein Werkzeug zur Befriedung von Konfliktsituationen vielleicht können Sie einfach mal einen kleinen Überblick geben was sind die Ideen Konzepte wie kommt eine Organisation dazu zu denken dass Archive zu Friedenstiftung da sind das unser Projekt Archive und Vergangenheits Aufarbeitung Archives and Dealing with the Past ist ein gemeinsames Projekt vom Aussenministerium Schweizerischen und dem Schweizerischen Bundesarchiv und Swiss Peace als zivilgesellschaftlicher Akteur und das Ganze ist eigentlich aus der Erkenntnis heraus entstanden dass Vergangenheits Aufarbeitung Vergangenheits Arbeit eben nicht möglich ist ohne Archive Herr Kaminski hat das schon erwähnt eine Vergangenheits Aufarbeitung ohne Archive ist sehr sehr schwierig und eben auch die Erkenntnis dass eben ein Großteil der Mechanismen zur Vergangenheits Aufarbeitung wie Wahrheitskommissionen Gerichte eben nur sehr limitierten Zugang zu den wirklich wichtigen Archiven haben also Polizei Archive Geheimpolizei aber auch Militär Archive sind für die meisten oder waren für die meisten Wahrheitskommissionen eben eigentlich nicht möglich oder nur sehr beschränkt möglich und darum ist unsere Arbeit auch breiter wir arbeiten mit Wahrheitskommissionen eben auch zum Thema Zugang zu Archiven Zugang zu Polizei Militärarchiven aber eben auch die Suche nach Alternativen dazu also wenn wir jetzt ältere Wahrheitskommissionen sehen wie zum Beispiel diejenigen Argentinien die ein sehr gutes Beispiel ist als Modell gilt oder in Südafrika diese Wahrheitskommissionen hatten praktisch keinen Zugang zu den wirklich wesentlichen Staatsarchiven und ich sehe ich habe jetzt gerade zuhören zum polnischen Modell ist sehr interessant dass im Gegensatz zu den Wahrheitskommissionen den traditionellen Wahrheitskommissionen die ein Mandat von vier fünf Jahren haben ist das polnische Modell sehr interessant weil es eigentlich eine permanente Institution ist und das ist im Bereich der Vergangenheitsarbeit eigentlich das ideale Modell weil die meisten Mandate von Gerichten auch das Gericht an dem ich gearbeitet habe zu Sierra Leone das ist eigentlich zu kurz und gerade wenn man Zugang zu Archiven in Betracht zieht da ist die Öffnung einfach nicht innerhalb von zwei drei Jahren nach einer Transition möglich das zeigen viele Erfahrungen wir arbeiten zum Beispiel auch in den Philippinen mit der Menschenrechtskommission der Philippinen zum Thema Zugang zu Archiven vom Markus-Regime das ja Jahrzehnte zurückliegt und auch da ist es noch heute praktisch unmöglich Zugang wirklich zu den wesentlichen Archiven von Militär und Polizei zu erhalten erschwerend kommt noch hinzu dass die Polizei umgewandelt wurde in eine neue Polizei nach der Diktatur und dass da offenbar einfach die Archive nicht mehr da sind oder auf jeden Fall noch nicht zugänglich sind und da arbeiten wir dann halt sehr stark auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren als Alternative zu den offiziellen Archiven in Argentinien zum Beispiel hat die Wahrheitskommission grösstenteils mit Archiven dann von Menschenrechtsorganisationen von Anwälten gearbeitet um ihren Bericht zu erstellen Interessant auch die Frage soll man diese Archive öffnen diese Frage wird gerade zur Zeit auch in Tunesien gestellt wo wir mit der Wahrheitskommission zusammenarbeiten die Frage wird in der Gesellschaft auch diskutiert soll man denn diese Archive überhaupt öffnen eine Diskussion die offenbar eben in Deutschland auch geführt wurde reisst man da nicht Wunden auf oder macht man da nicht etwas gefährliches indem man diese Archive öffnet und interessanterweise wird das in Tunesien auch heute genau in diesem Transitionsprozess diskutiert und natürlich plädieren wir auch für eine Öffnung einen möglichst offenen Zugang zu Archiven immer natürlich auch respektierend die Vertraulichkeitsfragen Fragen von Datenschutz die nicht einfach zu lösen sind Was sind denn die Hauptgründe und Ziele dass man unbedingt an Archive ran möchte diese Akten offen zu legen geht es um die faktische Darstellung von Vergangenheit geht es um die Verhinderung von Strafffeiert von Belegen von Menschenrechtsverletzungen um die Opferrehabilitierung also diese Fragen die eigentlich in all diesen Fällen auch Osteuropa eine große Rolle spielen sind da immer auch vordringlich gibt es da eine Reihenfolge oder sind die alle gleichrangig Themenfeld in unserer Erfahrung und auch in Vergangenheits Aufarbeitungs Prozessen steht oft an erster Stelle der Anspruch von Opfern von Familien zu wissen was eigentlich passiert ist also wir sprechen da zum Teil von bewaffneten Konflikten aber auch Diktaturen wo Menschen massenhaft verschwunden sind das die Frage der Verschwundenen wie findet man heraus was passiert ist aber zum Teil auch wirklich wo sind die begraben was ist mit ihnen passiert das ist oft eine Aufgabe von Wahrheitskommission als als erster Schritt heraus zu finden ganz direkt was ist mit den Opfern passiert dann kommt oft wenn man das jetzt so fast chronologisch sieht als weitere Frage die Frage nach Gerechtigkeit Aufklärung der Verbrechen zur Verantwortung ziehen der Verantwortlichen für diese Verbrechen wurde auch erwähnt im polnischen Kontext sehr wichtig und wird eigentlich in den meisten Kontexten in denen wir arbeiten sei es jetzt in Afrika sei es in Asien in Lateinamerika ist dieses Verlangen nach Aufklärung und auch nach zur Verantwortung ziehen ist sehr klar wird gefordert von Opfern aber auch von der Gesellschaft und dann weiter natürlich auch die Frage der Wiedergutmachung in den Philippinen zum Beispiel dieses Projekt das wir mit der Menschenrechtskommission der Philippinen durchführen da geht es ganz klar darum der Reparationskommission der Kommission die Wiedergutmachungszahlungen machen soll eben die Archive zur Verfügung zu stellen weil die ja auch herausfinden müssen wer jetzt wirklich Anspruch hat auf Wiedergutmachung das gleiche auch in Tunesien wo eines der Hauptmandate der Wahrheitskommission eben auch die Wiedergutmachung ist Tunesien ist ja ein Fall der relativ frisch ist der arabische Frühling ist jetzt vier Jahre her Tunesien ist das nach allem dafür halt ein erfolgreichste Modell das aus dieser Umwälzungssituation gekommen ist aber die Philippinen wir reden ja über Ferdinand Markus über eine Zeit die doch schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt wenn man da einfach mal das als Beispiel nimmt wo kam da der Impuls her sich jetzt dann noch mit zu beschäftigen und wie kann man nach so langer Zeit überhaupt dafür sorgen dass da noch jemandem Gerechtigkeit widerfährt wenn dort Verbrechen Menschenrechtsverletzungen vielleicht sogar Morde aufgearbeitet werden die 30-40 Jahre her sind Es gab schon ein Teil der Opfer wurde schon wiedergutmachung erhalten und zwar über ein amerikanisches Gericht in Hawaii weil dort die Markus Familie Ländereien hatte und da konnte man dann die amerikanische Gesetzgebung war es möglich da schon einen Teil der Wiedergutmachung zu erhalten und auch das neue Gesetz das 2013 in Kraft getreten ist das Reparationsgesetz basiert eigentlich darauf dass Geld zurückbezahlt wurde und daher auch das Interesse der Schweiz von Schweizer Banken also die Markus Gelder die auf Schweizer Banken gelagert waren wurden an die Philippinen zurückbezahlt mit sozusagen der Auflage dass ein Teil dieser Gelder für Wiedergutmachung an die Opfer verwendet wird dazu verwendet wird und es waren zu wenige und deswegen ist der Druck da das einfach noch umfassender zu regeln ja also es wurden nicht alle Opfer kompensiert und es war dann auch mehr Geld wieder da und man wollte dann diesen Opfern die schon Kompensation erhalten haben aber auch weiteren Opfern auch Reparation auszahlen es gibt auch ein weiteres Beispiel wo auch Swiss Peace sehr engagiert war das zentralamerikanische Militärdiktatur in der sehr viele Menschen verschwunden sind in der Menschen auch massenweise ermordet wurden also andere Qualitäten von Diktaturen und dort gab es eigentlich relativ wenig Dokumente dieser Verfolgung auch von der Landbevölkerung bis es im Jahr 2007 glaube ich entdeckt wurde dass dort ein regionales Polizeiarchiv auf einem Dachboden vor sich hinschimmelte und der Zugang zu diesen Akten hat sozusagen nochmal einen neuen Prozess befördert eine Bevölkerung die eigentlich allen Vertrauen in die Institution verloren hatte doch ein Stück weit einen Weg zurück zu ebnen die Vergangenheit zu bereinigen ein Stück weit Klarheit zu schaffen über die Vergangenheit was hat Swiss Peace in dem Kontext dort mit unternommen also Swiss Peace selber nicht das war bevor dieses Projekt begann hat die guatemalteckische Regierung oder das Polizeiarchiv eben das sie erwähnt haben das 2005 entdeckt wurde durch Zufall das Bundesarchiv angefragt ob sie eine Sicherheitskopie eine digitale Sicherheitskopie dieses Archives aufnehmen könnten um eine gewisse Sicherheit auch diesem Archiv in Guatemala zu geben weil das natürlich politisch in einem sehr labilen Kontext politisch dominiert eben noch stark durch die alte Elite auch gefährdet war man hat in Guatemala sich nicht anders zu helfen gewusst als die Schweiz zu fragen ob sie einem das Archiv sichern kann weil man die eigenen Institutionen nicht getraut hat also ja genau eigentlich um sicher zu sein dass irgendwo noch eine Kopie besteht hat man die Schweiz angefragt und sie haben es erwähnt dieses Polizei Archiv spielt eine wichtige Rolle in der Vergangenheits Aufarbeitung viele der Dokumente zum Beispiel die verwendet wurden im Gerichtsverwarn gegen den Ex-General Efraim Riosmont der ja vor zwei Jahren in einem sehr aufsehenerregenden Prozess das verurteilt wurde für Genozid das ist einer der wenigen nationalen Gerichte die einen ehemaligen Polizeimilitär General und ehemaligen Präsidenten für Genozid verurteilt hat ein sehr spektakulärer Prozess der dann leider ins Stocken kam aber dennoch der Symbolwert und die Bedeutung für die Opfer ist enorm dass es mindestens erstinstanzlich zu einer Verurteilung kam des ehemaligen Präsidenten Guatemalas basierend eben teilweise auf Dokumenten aus dem Polizeiarchiv und vielen Zeugenaussagen und Exhumationen also ein ganzes Mosaik von Beweismitteln die da verwendet wurden aber das Archiv spielte eine wichtige Rolle und es spielt auch eine wichtige Rolle für Familien von Verschwundenen um herauszufinden was eigentlich passiert ist das Archiv unterstützt diese Familien auch bei der Suche nach Dokumenten und leistet da eine sehr umfassende Arbeit ganz grundsätzliche Arbeit nochmal auch Archive sozusagen überhaupt zu finden zusammenzustellen und sie sich selber zu organisieren hat in dem internationalen Kontext in ganz anderen Konfliktfeldern als der postkommunistischen Situation die Arbeit der osteuropäischen Geheim-Potizialarchive eine Rolle gespielt nimmt man das wahr ist das ein Modell oder eine Art die dort auf eine bestimmte Art und Weise modellgebend auch ist oder Hilfestellung bieten kann Ja auf jeden Fall also ganz sicher im nordafrikanischen Kontext Sie haben sicher viele Anfragen erhalten von diesen Staaten wo es eben auch um Diktaturen Aufarbeitung von Diktaturen geht vielleicht etwas weniger im Postkonflikt Situationen wo es halt um die Aufarbeitung eines Gewaltkonfliktes geht dort sind vielleicht andere Modelle interessant aber bei der Aufarbeitung von Diktaturen auf jeden Fall Ja Die Umschwenken wieder sozusagen auf den deutschen Fall Herr Möller sind denn diese Ziele die auch am Anfang der Öffnung des Stasi-Unterlagen Archivs standes die Rehabilitierung von Opfern die Verfolgung Strafverfolgung aber zumindest Bekanntmachung auch von Verantwortlichen des Regimes die Stärkung der Demokratie durch Überprüfung des öffentlichen Dienstes sind diese Thematiken in Deutschland gelungen ist das etwas was zu einem insgesamt verbesserten Bild des oder zu einem gemeinsamen sozusagen Umgang mit dieser Vergangenheit geführt hat Ja insgesamt würde ich das schon als gelungen bezeichnen trotzdem muss man sagen es ist eine Daueraufgabe die Auseinandersetzung mit einer Diktatur mit ihren Menschenrechtsverletzungen mit ihren sonstigen Verbrechen ist nie abgeschlossen und meine Grundthese ist die wenn wir auch Revue passieren lassen was wir eben gehört haben insgesamt und die zusätzlichen Fälle die Sie Frau Baumgartner genannt haben zeigt ja wie viele Diktaturen und post diktatorische Gesellschaften und Systeme es auf der Welt gibt und leider gibt es wie wir wissen immer noch sehr viele Diktaturen das heißt meine Grundthese ist die Defizite in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit in Bezug auf die Stabilität oder die Durchsetzung von Demokratien die Defizite in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit wirken unmittelbar auf die Gegenwart mit anderen Worten wenn ich rechtsstaatliche Defizite in manchen postdiktatorischen Gesellschaften sehe dann würde ich grundsätzlich die These vertreten sie liegen daran dass eine vorbehaltlose Auseinandersetzung mit der Diktatur nicht erfolgt ist mit anderen Worten ist das was für die Historiker selbstverständlich ist dass die Forschung darüber eine Daueraufgabe ist auch für eine demokratische Rechts- und Verfassungsordnung notwendig weil sonst die Mechanismen der Menschenrechtsverletzung der Repression nicht wirklich erkannt werden und deswegen ist man nicht in solchen Gesellschaften nicht immunisiert gegen neue Menschenrechtsverletzungen auch wenn die Demokratie auf dem Papier steht denn das muss man auch an unserem deutschen Beispiel natürlich sagen auch die Demokratie ist und die Eingewöhnung in Rechtsstaatlichkeit ist ein ständiger Lernprozess der nicht abgeschlossen ist das merkt man eben in saturierten Demokratien die finden Menschenrechte Freiheitsrechte völlig selbstverständlich und sie sind nicht hinreichend sensibilisiert gegen Verletzungen und das kann man nur in dieser ständigen doppelten Auseinandersetzung und das gilt insbesondere für postdiktatorische Gesellschaften und ich würde die These wagen wenn man sozusagen eine vergleichende Untersuchung macht dann könnte man wirklich sagen die Intensität der Auseinandersetzung mit der Diktatur ist ein Indiz für den demokratischen Charakter gegenwärtiger Gesellschaften das klingt nun etwas kühn aber ich glaube es lässt sich empirisch belegen We can ask Nikita Petroff if he thinks that's true for the Russian case because there is an index there the intensity of coming to terms with the dictatorship is rather low so the rule of law and the strength of democracy should be weak would you agree from a perspective of a country that has not really looked too closely at the dictatorial past really it's difficult to answer by easiest way because for Russia now it's a little bit theoretical question what to do now with rules with laws with moving to democracy we see that now everything happened twice versa Russia moved not to the democracy side not to democracy wave and it's new reincarnation of the soviet empire politics aggression against the neighbor states like Ukraine and occupation of Crimea and so on and so on you see it's very bad example but what to do inside Russia no that is foreign politics give example for the internal politics and that is why if we talk about the laws we have the old laws about the archives about the constitution especially but we can describe the situation in Russia that all these laws are not working and we want assessed archives if we want to change situation with the human rights it necessary to change the political state inside and outside so it's an indirect agreement with Professor Möller saying if you had had a chance to more closely analyze and come to terms with the dictatorial past your democracy could be stronger today yes and we have example that now it exists also the politics of how to prove the Soviet regime how to find some good things in the Soviet period and so kind of Soviet or pro-Soviet nostalgia and it is maybe we can explain this by many ways maybe like reaction of population against the modern state it also nostalgia and also idealistic view on the Soviet past because not many people remember what young generation knows nothing about the Soviet past but they have a picture on TV screen movies with some kind of fake about the past and you know that all the Soviet propaganda all the Soviet movies they describe situation not like it looks like during the Soviet period all movies we haven't any tradition in the cinema of the neorealism only in the last years of the Soviet period they tried to create the movies about reality but before it's some kind of fakes and fairy tales about the life in the Soviet Union that is why it is very tough propaganda machine that still walking now and still used by the Russian government so it is connecting things politics assessed to archives laws against totalitarism and so on and so I I know I mean what you said I I was to the time that this phase of opening for Opfer first mal willkürlich nach persönlicher Bevorzugung and hinterher zwar off the paper offener but im Grunde genommen sehr begrenzt and zu kurz war and natürlich would I just durchaus in ihrem Sinne sagen es geht hier in der heutigen russischen Gesellschaft nicht um eine Verherrlichung sozusagen des KGB oder der kommunistischen Diktatur aber bestimmter Elemente die damals dazugehörten des Imperiums des Nationalismus und insofern wird da nicht getrennt dass dieses System eben ein System war in dem diese Elemente zusammen funktioniert haben und man kann jetzt nicht heute sagen man trennt sozusagen den imperialen Charakter der Sowjetunion der sozusagen zu verherrlichen sei und das Regime das diesen Charakter oder diesen imperialen Charakter herbeigeführt hat und ich glaube dass etwa die Deutschen nach 1945 nicht in einer so grundsätzlich anderen Situation waren sie waren in einer anderen Situation weil bei uns die zwölfjährige Nationalsozialistik Diktatur so grauenhaft sie war aber in zwölf Jahren natürlich nicht völlig verdeckt hat was es vorher an Rechtsstaatlichkeit an demokratischen Elementen gab aber sozusagen der Abschied von einem extremen Nationalismus von einem großgermanischen Imperialismus der war 1945 genauso notwendig wie die Auseinandersetzung mit dem Verbrechen im Inneren und im Außen im Äußeren und das macht natürlich eigentlich das Modell oder sagen die Modelle zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in der Sowjetunion beziehungsweise im heutigen Russland ähnlicher als die anderen Fälle die wir haben in Ost-Mitteleuropa in Osteuropa das sind postdiktatorische Gesellschaften die aber vorher eben eine deutsche Besatzungsherrschaft erlebt haben und insofern waren die in einer anderen Situation als die natürlich autonome Sowjetunion beziehungsweise Russland auch ein Opfer deutscher Aggression aber nicht nur ein Opfer deutscher Aggression sondern Polen und andere Staaten waren zugleich die baltischen Staaten Opfer der sowjetischen Aggression das heißt also man kann sozusagen sich aus dieser Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nicht nur einen Teil rausschneiden sondern es muss eine umfassende Auseinandersetzung mit dem System sein und ich glaube dass das in der Tat den deutschen Weg aber wir kommen wahrscheinlich noch darauf spezifisch macht weil es eben eine Auseinandersetzung mit zwei Diktaturen auf deutschem Boden war und damit dann auch noch zusammenhängen Besatzungsdiktaturen in anderen Regimen aber wie gesagt es gibt gewisse Ähnlichkeiten und es gibt eben eine Fragmentierung der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit die dann wirklich nicht reicht nun wird man immer sagen müssen dass postdiktatorische Gesellschaften sich nicht so einfach zu demokratischen transformieren lassen das beginnt ja damit dass es Machteliten gibt also als ich meinen ersten Vortrag in Leipzig und Dresden gehalten habe 1991 kam hinterher jemand auf mich zu und sagte wissen Sie jetzt sind die Leute die vorher Funktionäre der SED waren noch immer in Schlüsselstellungen und das war natürlich in Russland nicht so ganz anders die ehemaligen Wirtschaftsfunktionäre waren plötzlich Großunternehmer oder also das heißt das Problem bei diesen Gesellschaften ist zum einen natürlich das was Sie gesagt haben Frau Baumgartner der Opferschutz die Entschädigung die juristische Auseinandersetzung mit den Verbrechen das andere ist aber natürlich ein wahrscheinlich sehr viel schwieriger und langwieriger Prozess das ist der Wechsel von Funktionseliten von Machteliten die nicht von heute auf morgen weg sind und in manchen der Diktaturen waren es so das waren natürlich schon die Leute so belastet sie waren die beispielsweise mit Wirtschaftsunternehmen umgehen konnten also waren sie das bei Ihnen vor 91 und nach 91 auch und da liegt ein echtes Problem auch in den Ost-Mitteleuropäischen Staaten bei denen sich nun schlicht die kommunistischen Parteien plötzlich alle in Sozialdemokratische umbenannten aber mit dem gleichen Personal die sind anders aufgetreten aber natürlich hat es damit ein Schwergewicht dieser Machteliten denen nicht daran gelegen sein kann dass sozusagen ihre Vergangenheit aufgeklärt wird und insofern spielte bei dem deutschen Fall natürlich auch eine Rolle das dazugehörte zu der Aufgabe des BSTU immer auch Expertisen für öffentliche Einrichtungen Behörden Institute für den Bundestag Bundesregierung herzustellen ist jemand belastet oder nicht nicht weil man ihn denunzieren wollte sondern weil man sagt man kann mit belastetem Personal natürlich sehr schwer neue demokratische und rechtsstaatliche Strukturen aufbauen also es ist ein sehr komplizierter Prozess und insofern würde ich sagen er ist in Deutschland insgesamt sehr gut gelungen Schönheitsfehler gibt es immer aber es ist ein Prozess von dem man auch nicht glauben sollte dass er abgeschlossen ist und da haben wir ja auch in Deutschland die Erfahrung ich selber habe das mal geglaubt dass die Geschichte des Nationalsozialismus irgendwann nach 40, 50 Jahren vornehmlich eine Angelegenheit für die Forscher wird das ist eine Illusion sie ist nach 70 Jahren nicht weniger aktuell in der öffentlichen Debatte als sie das vor 30 Jahren war und insofern ohne diese Regime gleichsetzen zu wollen das ist nicht der Fall dass man das kann man kann Strukturen vergleichen Geheimpolizeistrukturen beispielsweise Gestapo und Staatssicherheitsdienst um dieses Beispiel zu nennen aber ohne das also so zu vereinfachen man wird immer sagen müssen dieser Prozess geht weiter und keiner von uns kann sagen wann irgendetwas in der Zukunft ein Interesse verlieren würde wie gesagt beim Nationalsozialismus haben wir das weiterhin und ich würde sagen trotz mancher Obsession die es bei den Deutschen gibt in der Hinsicht bei den Deutschen zum Teil mehr als bei den anderen darüber ist das auch notwendig dass hier sozusagen keine Verdrängungsprozesse stattfinden mal abgesehen von der humanitären Seite dass natürlich solche Verdrängungsprozesse für die Opfer ein Schlag ins Gesicht sind weil sie sagen jetzt haben wir ja einen Rechtsstaat jetzt haben wir eine Demokratie und jetzt wird darüber wieder hinweggegangen wenn ich sozusagen das Thema unserer Diskussion sehe dann muss man ja sagen ein Geheimdienst der nicht transparent gemacht wird lebt sozusagen quasi weiter das heißt die Transparenz ist der Tod des Geheimdienstes und insofern bleibt diese Aufgabe und man muss vielleicht fairerweise auch noch sagen dass natürlich in Deutschland der Elitenaustausch trotzdem befördert war durch die Vereinigung durch die Tatsache dass das ein 40 Jahre gewachsenes demokratisches Gemeinwesen mit juristischen administrativen Erfahrungen sich sozusagen nach Osten ausgedehnt hat bei allen Schwierigkeiten die der Prozess wiederum sich brachte aber natürlich auch die Staatssicherheit schon in der DDR abgewickelt war und dann auch komplett aufgöttert zu funktionieren also die Notwendigkeit dieses Geheime weiter wirken zu lassen weil es fortgesetzt wurde in einen neuen Apparat das war letztendlich auch ausgeschlossen das hat es einfacher gemacht und auch die Umfasstheit der sehr frühen Öffnung dieser Geheimpolizeiarchive auch erklärbar gemacht um nochmal um nochmal ein Schlagwort zu sagen solange selbst verantwortliche Politiker in Deutschland davon sprechen dass die DDR kein Unrechtsstaat war solange ist die Auseinandersetzung damit unausweichlich weil das ja schon eine seltsame Unterscheidung ist zu sagen es ist zwar eine Diktatur gewesen aber kein Unrechtsstaat also auf diese aparte Idee muss man erstmal kommen es fällt nicht jedem leicht sich von bestimmten Weisheiten zu trennen Mr. Kaminski wenn wir sort of look at this idea of the more intense you discuss and reappraise your past your dictatorial past the stronger you make your democracy where does Poland stand with 15 years of the work of the IPN can you see its influence there or how would you evaluate this it's very hard to analyse and to prove this this idea but I am strongly for it because I really believe what Professor Müller said that the process of the link with dictatorial past is not a danger for democracy it's a kind of way of stringering democracy so but it is hard to prove it to analyse this problem but for example educational activities I think they are very important for civic education not only a kind of historical education about the past it's education about the values virtues of for example members of opposition of all of these people who opposed dictatorship so it's very important for young generation as a source of values or as inspiration for being active in civic society for example but as I said it's hard to prove in the numbers we cannot compare the situation without IPN activities but I strongly believe that our democracy now is much stronger due to our work for example the problem of sense of injustice which can be used by some radical forces because it's also a danger for democracy it's a problem of legitimization if there is no justice for victims in democracy it's a kind of delegitimization of democratical order because a group of people can start to ask questions why do we need democracy if there is no justice like in time of dictatorship and we know from history that such feelings can be used for non-democratic purposes so I think it's really important for democracy In Germany I would say that the idea of prosecuting perpetrators and bringing people to criminal or legal justice has not been very strong it was very difficult to bring many of the responsibles for the SED dictatorship to trial and get convictions so the idea of having an institution like the BSTU that is a symbol a constant memory of the injustices being committed was very important was it in Poland a similar situation or would you say that the criminal prosecution of perpetrators was successful when we compare our situation with many other countries we can say that it is a success in the numbers of people who were accused or finally sentenced do you have numbers yes in the 1990s we had about 150 people accused and majority of them were sentenced but after creating our institute about 530 people were accused for communist crimes so there is a huge difference and we have to take into consideration that after so many years that not so many perpetrators are still alive not so many witnesses and victims etc but I cannot say that this situation is satisfying for us because if we compare this number of people who were accused with the number of crimes this is still a very small part of them were punished so I think in our society there is still a strong feeling of injustice but I think we should continue this process even if now we are able to send about 10 or 12 indictments every year to the court it is still necessary to show that we are at least trying to punish perpetrators so I think the granting access to the files opening archives is a very important part of justice because for example the United Nations even defined the right to the truth the right of the victims but we cannot replace justice with only the process of granting access to archives so the idea of having the discussion opened and commemorating and creating a national memory along the archives and a wide open remembrance of the injustices committed is equally as important as the continuation of prosecutorial ideas I think I think we can compare it with some German activities with punishing the last living perpetrators of Nazi crimes I think it's a kind of symbol that we cannot achieve the full justice but we are at least trying to do it and it is very important as a basis of legitimization of democracy I think that that is also in the I think of the vordergring deutlich erkennbar Parket internationaler conflict where there are massen erschienen and massen verschwinden from all Bevölkerung groups to table are it trotzdem schwieriger there to find the ver to find and the really to take and the process in the national internationalen Erinnerungskultur zu schaffen, scheint dagegen trotzdem ein bisschen unbefriedigend für die Opfer zu sein. Kann man da in den verschiedenen Konfliktszenarien trotzdem was festlegen, eine Linie festlegen? Ist es das Wichtigste, eine Strafverfolgung und eine Verurteilung zu erzielen? Und vielleicht ist es dann auch schön, die Erinnerung mitzuschaffen? Oder wie bewerten Sie das aus Ihren internationalen Konfliktsituationen? Also ich denke nicht, dass unbedingt die strafrechtliche Aufarbeitung die einzige ist und unbedingt notwendig. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofes für Ex-Jugoslawien anschauen, da wurde ja sehr wichtige Arbeit gemacht im Bereich Recht auf Gerechtigkeit, gerichtliche Aufarbeitung. Aber wenn wir sehen, wo nun diese Staaten Ex-Jugoslawiens stehen bezüglich Versöhnung, Wahrheitsfindung, breiter jetzt als die gerichtliche Wahrheitsfindung, dann wurde da, würde ich mal sagen, einiges verpasst. Da hätte man mit einer Wahrheitskommission, es hat keine Wahrheitskommission gegeben, es gibt Bemühungen heute, zivilgesellschaftliche Organisationen, eine regionale Wahrheitskommission ins Leben zu rufen. Und wenn man da schaut, welche Wahrheiten vom Gericht festgestellt wurden, dann sind sie doch sehr punktuell. Und das spiegelt eben ein Teil der erlebten Ungerechtigkeiten eben nicht. Und sich nur auf jetzt rechtliche, gerichtliche Aufarbeitung zu konzentrieren, denken wir, reicht eigentlich nicht. Wo das reicht für die Opfer natürlich im ersten Schwung, die größtmögliche Genugtuung anbietet, den Täter verurteilt zu sehen, auch Gericht verwertbar verurteilt zu sehen, im Gefängnis zu sehen. Aber wir haben jetzt, ich war eine Veranstaltung in Sarajevo, wo sich die Opfer, und zwar Opfer von Srebrenica, die ja jetzt auf gerichtlicher Ebene eigentlich sehr viel Genugtuung erhalten haben durch die Urteile des Gerichtshofes, sich symbolisch vom Präsidenten des Strafgerichtshofes abgewandt haben. Die haben den Rücken zugedreht, als er gesprochen hat. Und haben dann nachher gesagt, wir warten immer noch auf Wiedergutmachung. Wir wissen überhaupt nicht, wir leben von unserer Rente, die wir ausbezahlt bekommen in einem Büro, wo jemand sitzt, von dem wir wissen, dass der in einem Vergewaltigungslager ein Verantwortlicher war. All das andere, was eigentlich eben auch zur Vergangenheitsaufarbeitung gehört ist, eben nicht passiert in diesem Kontext. Und da reicht eben dann die gerichtliche Aufarbeitung allein eben nicht unbedingt. Das ist sozusagen immer nur eine Spitze, aber im Grunde genommen zählt das, was im Alltag passiert. Und da wäre ja auch ein Fall der Überprüfung, des Überlegens, wer hat vorher was gemacht und wer sitzt heute an einer entscheidenden Stelle in einer neuen Gesellschaft. Und da fehlt die Sensibilität und das Benennen und das offene Diskutieren darüber, dass so jemand an die Stelle nicht gehört. Bei den internationalen Tribunalen ist ja sogar der Prozess jetzt umgekehrt. Aus den Tribunalen sollen Archive entstehen, die wiederum langfristig zur Aufarbeitung und zur Unterrichtung und zum öffentlichen Diskutieren anregen sollen. Also da ist quasi aus der strafrechtlichen Verfolgung ein Archiv entstanden. Genau. Und ich denke, da kann ich mir nur der These anschliessen von Professor Möller, das hört nicht auf. Das muss permanent weitergeführt werden. Das ist eben auch das Problem von diesen Mechanismen, dass die recht kurzlebig sind. Also dass die Straftribunale jetzt eigentlich sehr lange Dauer hatten, aber die waren ja auch eigentlich geplant für fünf, sechs, sieben Jahre. Und dann wäre die Arbeit abgeschlossen und man hat sich relativ wenig Gedanken auch eben gemacht, was ist denn eigentlich das Erbe dieser Gerichtshöfe. Das Gleiche bei Wahrheitskommissionen. Die Archive der Wahrheitskommissionen von Südafrika, die sind sozusagen blockiert im Nationalarchiv in Südafrika. Und nicht mal Opfer haben Zugang zu diesen Archiven. Es ist sehr, sehr schwierig, da Zugang zu bekommen. Und eigentlich, und das ist auch unsere These, müssen die offen sein, müssen die zugänglich sein, müsste man mit ihnen eben genauso aktive Arbeit wie das eben. Und da denke ich, ist der Modellcharakter ihrer Behörden in Polen, in Deutschland sehr, sehr wichtig. Da müsste eigentlich aktive Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, auch mit der jungen, mit der zukünftigen Bevölkerung, mit Jungen, die eben gar nicht mehr sich daran erinnern, was die Diktatur war, was das Unrechtsregime war, was der Konflikt war und da ganz, ganz aktiv eigentlich auch mit der jungen Bevölkerung arbeiten. Das sind letztendlich gute Aussichten eigentlich für die Archive. Auch weil, ich zitiere Sie da ein Stück weit, dass die Objektivierbarkeit der kollektiven Erinnerung durch Archive gewährleistet wird. Und das ist ein Prozess, der über Generationen und Generationen geht. Also da ist die Rückerinnerung und die Wieder-Neuerzählung der doch gleichen Geschichte über Archive und neue Generationen ein permanenter Prozess, der im Grunde genommen den Zugang auch zu einer Einrichtung wie dem Stasi-Unterlagenarchiv, das als Einzelinstitution gegründet wurde, aber auch in dieser Geschichte natürlich ein Stück weit eine Überlieferung der Geschichte ist, eine Notwendigkeit. Ja, weil Sie natürlich nur mit den Archiven, Sie haben das ja vorhin auch schon angedeutet, wirklich objektive Grundlagen haben, um bestimmte Fragen beurteilen zu können. Und die Archive haben es so an sich wie überhaupt historische Arbeiten, dass mit dem Generationswandel immer wieder neue Fragen gestellt werden. Abgesehen davon, das sieht man ja alleine am Reichtum des BSTU-Archivs, aber auch anderer großer Archive, die sind so riesig, selbst wenn sie jetzt archivalisch erschlossen sind, das heißt mit Findbüchern erschlossen sind, dann sind sie in Generationen nicht auszuschöpfen. Und das macht natürlich auch diese permanente Forschung in den Archiven notwendig, als Grundlage wiederum für die anderen Prozesse, die in einer Gesellschaft stattfinden. Also etwa das Juristische, was Sie eben erwähnt haben, dass der Internationale Gerichtshof selbst dann ein Archiv bilden will. Aus den beiden Prozessen Ruanda und Ex-Juban. Ja genau, das haben wir auch schon mit den Nürnberger Prozessakten gehabt. Also die erste Basis des Archivsinstituts für Zeitgeschichte waren die Nürnberger Akten, die für Jahrzehnte unverzichtbar für die Forschung waren, auch wenn dann immer wieder andere Aktenbestände dazugekommen sind. Und man muss wissen, dass über alle, auch über Demokratie, nur ist das weniger gefährlich, aber über diktatorische Regime ja auch viele Illusionen entstehen. Erstmal, weil die Erinnerung nachlässt oder weil sie bewusst geschürt werden und dass man dieser Legendenbildung wirklich nur durch Objektivierung vorbeugen kann. Das kann ganz gravierende Fragen betreffen, aber auch weniger wichtig. Gravierende Fragen, nehmen wir mal ein Beispiel an, was die Bundesrepublik, aber auch die Weltöffentlichkeit immer beschäftigt hat. Wie viele Juden sind vom NS-Regime oder durch Auftrag des NS-Regimes ermordet worden? Da hat Eichmann in Jerusalem gesagt, ja, etwa zwei Millionen kann ich bestätigen. Das fand er harmlos. Also mal darüber abgesehen, dass ein einziger zu viel ist und zwei Millionen eine ungeheure Zahl ist. Aber alle Recherchen, die dann auch wichtig waren, beispielsweise für Prozesse gegen Neonazis, waren auf Archive angewiesen, um nachzuweisen, wie groß war die Opferzahl. Nicht, weil sich das Moralische sozusagen durch die Größenordnung oder das Ethische verändert. Das ist so ungeheuerlich, da braucht man sozusagen keine Zahlendiskussion, um die Ungeheuerlichkeit zu sehen. Nur es spielte zum Beispiel eine Rolle, um Neonazis vor Gericht dann überführen zu können. Weil die dann sagten, ja, das stimmt ja überhaupt alles nicht. Also das ist eine gravierende Frage, aber es gibt natürlich die Frage, die den Einzelnen betreffen. Das betrifft das Opfer, aber auch andere in der Gesellschaft. Und da solche Gesellschaften, ja, die DDR-Gesellschaft, Dritte Reichsgesellschaft, aber auch demokratische Gesellschaften, ja nicht auch nur einfach in Opfer und Täter einzuteilen sind, sondern dass es unendlich viele Zwischenstufen gibt von Leuten, die, naja, so ein bisschen mit, die aber nicht oppositionell, aber wieder resistent waren. Das heißt also, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist auch oft durch Gesellschaften einfach diffus. Weil erstens, weil die Gesellschaften nicht homogen sind, weil das Erinnerungsvermögen individuell beschränkt ist. Also braucht man immer wieder diesen Objektivierungsschub. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und natürlich auch deswegen, weil man eben mit neuen Fragen auch neue Charakteristika eines solchen Regimes herausbekommt. Und deswegen muss man das auch offen lassen. Deswegen kann man die Frage, vor der alle Archive stehen, nicht so einfach beantworten. Und dass gesagt wird, es kann ein Teil natürlich, weil es einfach solche Massen sind, vernichtet werden. So, BSTU hat die Besonderheit, es darf hier nichts vernichtet werden. Und das ist auch richtig so. Aber normale staatliche Archive sagen natürlich bei etlichen Akten, naja gut, also das haben wir nun hunderttausend Mal. Das brauchen wir nicht dauernd aufheben. Das können wir gar nicht, es wird unübersichtlich. Die Frage bei einem solchen Spezialarchiv aber ist, wenn wir da etwas vernichten, vernichten wir möglicherweise etwas, was später ganz entscheidend werden könnte. Und nicht nur für juristische Fragen, denn auch diese Wiedergutmachungsfragen, Entschädigungsfragen, sind oft Fragen, die erst nach Jahren oder manchmal nach Jahrzehnten auftauchen. Um die dann klären zu können, braucht man auch wieder die Archive. Es gibt also immer diesen Doppelcharakter, nämlich das, was wir als Historiker wollen, eine objektive Darstellung der Vergangenheit. Dazu sind die Archive unentbehrlich. Und das andere, welche Konsequenzen hat das für eine demokratische und rechtsstaatliche Gesellschaft in der Gegenwart. Ich meine, natürlich, eine Sache muss man natürlich durchaus sehen. Frau Baumgartner hat mit Recht gesagt, das ist nicht das Einzige, die juristiliktionelle Aufarbeitung. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, wie viele Täter, wenn man sie eindeutig definieren kann, aus dem Staatssicherheitsdienst sind verurteilt worden, dann muss ich sagen, geringfügig. Selbst die Spitze, lassen wir mal Honecker beiseite, aber Krenz kriegte sechs Jahre was und zwei Jahre saß er davon, das andere war Freigang. Mielke wurde überhaupt angeklagt, nicht wegen seiner wirklich umfassenden Verbrechen in der DDR, sondern wegen des doppelten Polizistenmords aus der Weimarer Republik. Nun muss man natürlich dabei sehen, das ist nicht immer Nachlässigkeit oder wahrscheinlich sogar in den selteneren Fällen der Gerichte oder der Ermittlungsbehörden. In einem Rechtsstaat ist es einfach verdammt schwierig nachzuweisen, der hat die und die Tat begangen. Deswegen hat man zum Beispiel in Deutschland nach 1945 in vielen Fällen das sogenannte Beihilferecht gehabt. Sie konnten den Täter nicht beweisen, dass sie beispielsweise an Erschießungsaktionen beteiligt waren. Man konnte aber natürlich sagen, in dem Umfeld waren sie tätig, also hatte man dieses Beihilferecht. Und dann kommt es zu Urteilen, wo wir alle denken, das kann doch nicht wahr sein, wenn man es nicht juristisch sieht. Beihilfe zum Mord in 100.000 Fällen und dann kriegt er da drei Jahre. Also dann fasst man sich an den Kopf und dann sagt man, ich glaube es war ja David Bohler, die gesagt hat, ich wollte Gerechtigkeit und ich fand nur den Rechtsstaat. Nun würde ich ja sagen, wenn wir die Welt angucken, dann wäre nur der Rechtsstaat, wenn er denn überall in der Welt existierte, ein ungeheuerlicher Fortschritt. Aber natürlich, Gerechtigkeit kann man nicht immer gewährleisten, auch nicht durch diese Arbeit. Weil man dann auch sagen muss, das rechtsstaatliche Verfahren ist auch ein hohes Gut. Deswegen natürlich auch alle diese Tribunale es mit der Frage zu tun haben, können wir die verurteilen nach nachträglich erlassenen Gesetzen oder nach Gesetzen, die an dem Ort, wo das Verbrechen begangen wurde, gar nicht galten. Da hat der Nürnberger Prozess, der Hauptkriegsverbrecher Prozess natürlich einen Durchbruch für die internationale Rechtsentwicklung geschaffen. Aber man muss aufpassen, dass die Rechtsstaatlichkeit selber eben auch nicht Schaden nehmen darf. Und da wird es immer dazu kommen, dass man sagt, da wird eben einer davon kommen, der es nicht verdient hat davon zu kommen. Aber die Rechtsstaatlichkeit ist gewahrt. Das ist unbefriedigend, aber das Ideal ist da nicht zu verwirklichen. Und das wird immer wieder dazu führen, dass man auch Einzelfälle findet. Andererseits muss ich sagen, die dann unbefriedigend sind. Aber die Einzelfälle stoßen auch immer wieder mit der Nase darauf, dass die Welt, auch die in Diktaturen, nicht bloß einfach schwarz und weiß ist. Sondern dass da so vieles Grau dazwischen ist, was einfach die Auseinandersetzung stimulieren sollte und nicht einschläfern. Derweil gibt es dann also weiterhin die Archive, denen man über Generationen hinweg sich dann damit auseinandersetzen kann. Und das kann man unmittelbar nach dem Ende des Konflikts machen und vielleicht auch noch 20, 30 Jahre danach. Und das ist the good news for Nikita Petrov. There is still a lot of things to discover in Russia and many archives to read and publish and access. Wir sind so ziemlich schon einmal eine gute Runde durch. Ich gucke mal kurz in die Runde. Gibt es von Ihnen aus dem Publikum Fragen, Nachfragen, Dinge, die Sie nochmal an die Beteiligten hier auf dem Podium loswerden wollen? Jetzt werden alle wach. Ich gehe dann davon aus, dass wir halbwegs erschöpfend hier vorne viele Ihrer Fragen schon beantwortet haben. Dann würde ich einfach mal sagen, wir schließen an dieser Stelle die Runde ab. Ich danke allen vier Beteiligten für ihre sehr einsichtsvollen und internationalen Erfahrungen, die für uns auch wiederum ein guter Hinweis sind für unsere eigene Arbeit. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und für das Interesse an diesem nicht ganz einfachen Thema und wünsche derweil noch einen schönen Abend. Der Empfang, nur dass Sie Bescheid wissen, direkt vor der Tür stehen auch Getränke. Getränke, die sind nur nicht für uns, sondern unsere Getränke stehen unten im Erdgeschoss in der Cafeteria, dass wir hier den falschen Leuten den Wein trinken. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachhauseweg. Vielen Dank. Applaus